Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres KRONE Podcast Superwahljahr. Mein Name ist Ida Metzger und gemeinsam mit Rainer Nowak, der leider für heute entschuldigt ist, interviewen wir in diesem Schicksalsjahr für Österreich und für die EU Politgrößen und ehemalige Politiker. Heute zu Gast ist Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich muss glaube ich nicht viel ankündigen, warum es in diesem Interview gehen wird, denn im Mittelpunkt des Interviews stehen wird die EU-Wahl bzw. die Lena Schilling-Kauser und die bevorstehende Nationalratswahl. Herr Kogler, kann man jetzt sagen, seit fast drei Wochen dreht sich der EU-Wahlkampf nicht um Sachthemen, sondern eigentlich um Lena Schilling und die Frage, ob sie die charakterlichen Eigenschaften für eine Spitzenkandidatin mitbringt. Wie groß ist eigentlich Ihr Anteil daran, dass dieser Standardartikel so ein enormes Echo bekommen hat, dass für diese Aussage oder für die Kommentierung, dass der Artikel ein Gepfurze und Gemurksi ist, haben Sie sich ja schon entschuldigt. Nehmen Sie an dieser Wucht, den der Artikel bekommen hat, auch einen Teil auf Ihre Kappe? Na, erstens mal, ob sich immer alles nur um einen Artikel drehen muss oder nicht, ist ja Sache der übrigen Medien und Berichterstattungen und es hat ja längst schon auch wieder weitere Themen gegeben, das finde ich für gut und richtig, das ist das eine. Das Zweite, die Grünen sind eine Bündnispartei und eine Bewegungspartei und als solche haben wir immer wieder und vor allem ich, seit ich Grünen-Chef bin, dafür gesorgt, dass Quereinsteigerinnen, insbesondere Frauen, zum Zug kommen, nämlich als Öffnung der Partei. Und das finde ich völlig richtig. Denken wir an Almazadec und Leonore Gewessler in den letzten Jahren und wie sich das alles bewährt hat. Jetzt geht es darum, dass eine junge, engagierte und im Übrigen auch für ihr altes sehr, sehr kompetente Klimaaktivistin und Klimakämpferin hier die Möglichkeit bekommt, ins EU-Parlament einzuziehen, weil sie selber zwar an sich gekommen ist und da haben wir ja Gespräche geführt, dass dort der richtige Ort ist, die Zukunft des Planeten und vor allem des Klimaschutzes zu verhandeln. Das ist einmal eine gute Nachricht für Europa, dass die Jungen das selber mit in die Hand nehmen, das ist eine gute Nachricht für den Klimaschutz und das ist einmal die wichtigste Botschaft dabei. Und das funktioniert. Das andere ist, was Sie erwähnt haben, ob das jetzt ein Artikel ist oder sonst was, es geht dort im Übrigen darum, dass ich zwar diese beiden Worte, die Sie erwähnt haben, zurückgenommen habe, weil sie unelegant und unpassend sind und im Ergebnis unintelligent. Aber die Sache ist ja wohl eine andere. Die Sache ist die, dass zu dem Zeitpunkt ja für Lena Schilling und auch für die Grünen aus anonymen Vorwürfen heraus nicht immer erkennbar war, was hier das Ziel ist und was da gemeint war. Und die Vorwürfe, die ganz klar am Tisch gelegen haben, die wurden ja gleich mal entkräftet und dann wird man sich schon noch wehren dürfen, wenn aus privaten Chats Behauptungen abgeleitet werden. Das war die Aufstellung, da sind wir schon längst wieder vorbei und drüber und so gesehen geht es aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht längst schon wieder um EU-Themen, hoffentlich wenigstens. Dass Europa von außen angegriffen wird, ist völlig klar. Das ist Putin. Er hilft aber auch, den rechtsextremen Europa von innen heraus zu zerstören. Und das sind wichtige Anliegen. Genauso wie der Umweltschutz, der Klimaschutz und der Naturschutz. Nicht zu vergessen, der Naturschutz. Und da führen wir jetzt gerade eine Riesenkampagne, um der Natur wieder zu ihrem Recht zu verhelfen und so zu wirtschaften, dass es mit der Natur geht und nicht gegen die Natur. Und mit wem kriegst du das? Nur mit den Grünen. Und man sieht ja das, von der ÖVP rede ich da gar nicht, von dem Blauen schon gleich gar nicht. Und auch die SPÖ wankt und schwankt und am Schluss kommt sie immer verlässlich auf der falschen Seite raus. Nämlich wenn es gegen Natur-, Umweltschutz und Klimaschutz geht, da sind sie dabei. Also sind die Grünen die einzigen, die wirklich sich darum kümmern und dafür kämpfen. Und das tut auch Lenin Schilling und das ist gut so und das ist auch die richtige Entscheidung. Sie sprechen jetzt das Renaturierungsgesetz an. Darüber möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen später reden. Gehen wir noch einmal zurück zu Ihrer Krisenkommunikation. Tatsache ist aber, dass diese Vorwürfe von den Bormenas schon vier Wochen, bevor dann die Vorwürfe kamen und dann die verunglückte Pressekonferenz passiert ist, war das schon bekannt. Ich selber habe mit Siki Maurer diesbezüglich telefoniert und habe gefragt, was ist da dran etc. Also sagen wir jetzt einmal so, um es auf den Punkt zu bringen, die Grünen haben gewusst, da kommt etwas, da wird recherchiert. Viele Zeitungen haben nichts darüber geschrieben, wie die Krone auch. Der Standard hat es dann aufgeriffen, warum hat man sich nicht besser vorbereitet, beziehungsweise warum hat man sich keine Gegenstrategie überlegt. Das, was fassbar war, da hat es ja auch klare Aussagen gegeben. Das betrifft ja zunächst mal Lena Schilling selbst. Ich sage es noch einmal, das waren Vorwürfe, Bezug habend auf Gespräche in ihrem allerengsten Freundinnenkreis. Wenn sie sich Sorgen macht, deshalb hat es ja offenkundig auch diesen Vergleich gegeben. Und im Übrigen ist ein Vergleich ja wohl dazu da, dass man sich einigt und die Sache dann für sich beruhen lässt. Aber wenn da dieses angesprochene Ehepaar, und der ist ja auch in der Krone entsprechend gewürdigt worden und die Eigenschaften dieses Ehepaars, wenn man Vergleich schließt und damit anschließend durch alle Redaktionen zu dingeln, da sieht man ja schon das, was nicht stimmt. Nichtsdestotrotz habe ich meine Wortwahl zurückgezogen, die hat sich im Übrigen nicht auf den Artikel bezogen, sondern genau auf diesen Vorgang, dass man nämlich einen Vergleich macht und dann so damit umgeht. Ich finde das nach wie vor für sehr hinterfragenswert, um es diplomatisch auszudrücken jetzt mal. Und das waren doch die Anlässe. Und dann hat es noch eine ohnehin schon bekannte Berichterstattung über den Rücktritt eines grünen Abgeordneten gegeben. Der ist wegen Gewaltvorwürfen zurückgetreten und das wurde auch klar benannt. Das andere war schwer bis gar nicht fassbar und greifbar. Und insofern mussten wir uns der Situation dann tatsächlich stellen. Im Übrigen ist das in dieser Dimension völlig neu. Und ich glaube, die Mehrheit der Medien schreiben ja selber von Tabubrüchen. Und insofern ist das damit erklärbar. Und das, wo man vielleicht sagen kann, das hätte man anders sagen sollen oder hätte man vielleicht eine halbe Stunde länger überlegen sollen oder so, das ist ja bekannt, dass wir sagen, okay, also das war nicht immer optimal. Aber was in so einer Situation schon optimal? Es hat ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt noch drei Wochen darüber reden, ob dieses Wort oder diese Stelle jetzt genau richtig war oder nicht. Das führt ja dann genau dazu, dass wir wieder nicht darüber reden, dass wir jetzt eine Europawahl haben, die die wichtigste seit der Gründung der Union ist, sondern uns darüber unterhalten, was ehemalige Freundinnen, solche Freundinnen brauchst du auch noch, wenn ehemalige Freundinnen sich privat unterhalten. Also da geht, da wird ja alles verschoben, was irgendwie bloß als vernünftig erkannt werden kann. Und das ist meine Sicht der Dinge. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist in den Formulierungen, dann haben wir es ja auch einbekannt. Also auch die Silberstein-Methode, weil da hat man sich schon gewundert nach der ersten Pressekonferenz, dass dann bei der zweiten Pressekonferenz wieder ein Fauxpas passiert. Naja, was Olga Vogler zum Ausdruck bringen wollte, war ja, dass eben die besagten Bornmähners, aber auch weitere, es sind ja ganz wenige aus diesem ehemaligen linken Kreis, sich hier in ganz heftiger Nähe der Sozialdemokratie und der Kommunistischen Partei befinden. Das ist ja nachweisbar. Das berichtet ja gerade die Kronenzeitung sehr treffend im Übrigen immer wieder. Und das war gemeint. Und wenn man dann noch mitkriegt, dass unter Beteiligung dieser rotaffinen Menschen, sie bestätigen es ja im Übrigen, von Redaktion zu Redaktion gedingelt wird, um hier irgendwas rauszuspülen, was eigentlich mit einem Vergleich hätte beendet werden sollen. Also ich finde diesen Vorgang wirklich komplett verkehrt herum. Was den Grünen auch sehr oft vorgeworfen wird, gerade in dieser Causa, im Moment wird das eben in diversen Wahlkämpfen die Grünen plakatiert hat, wem würde der Anstand wählen. Ist das alles anständig, was Lena Schilling, also wie sie agiert hat, für Sie? Ich sehe ja mal, dass sie sich mit Freunden unterhalten hat. Der Punkt ist ja für mich, dass die neue Situation jene ist, dass man da wirklich in Schlüssellochmanieren irgendwelchen Chats rumwühlt. Das finde ich, ist hier das Bemerkenswerte, die nämlich wirklich in einem sehr, sehr intimen und privaten Kontext getätigt wurden. Wie weit wollen wir da noch gehen? Das ist hier völlig neu. Die Anstandsfrage bezieht sich darauf, dass wir eine Republik wollen und wir haben verdammt viel dafür getan, dass Österreich sich weiter weg von Korruption entwickelt. Dass wir ein Justizministerium führen, wo endlich wieder ohne Ansehen von Organisation und Person ermittelt werden darf und nichts mehr erschlagen wird. Wo die Justiz gestärkt wurde finanziell massiv und in den Planposten, dafür bin nämlich ich mit zuständig, und sie nicht einen stillen Tod stirbt, wie es vor ein paar Jahren noch von kompetenter Stelle geheißen hat. Das ist doch, um was es geht. Das ist Anstand politischer, dass wir das nicht zulassen und uns da dagegenstellen. Niemals zuvor ist so gut und so tiefgreifend ermittelt worden. Und deshalb darf im Übrigen trotzdem die Staatsanwaltschaft da oder dort noch hinterfragt werden, in einzelnen Maßnahmen, aber nicht als Institution. Das haben wir vom ersten Tag so eingeführt und gehalten. Und wer macht denn das sonst als Alma Sadic und ich und die Grünen? Ein bis zwei Fragen noch zu Lena Schilling, dann gehen wir zur Innenpolitik. Hat sie es aber nicht selber gewundert, auch wenn es aus dem Kontext gerissen war, dass Lena Schilling die Grünen früher kritisiert hat, das wissen Sie, aber dass sie zu so einer Formulierung greift wie, ich habe noch nie so sehr in meinem Leben gehasst wie die Grünen, hat sie das nicht selber ein bisschen geschockt? Nein, gar nicht, aus zwei Gründen. Erstens ist dort schon mal die Vergangenheitsform in der Sprache. Zweitens ist ja völlig klar erkennbar, und ich habe es in einem langen Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, ja auch so erlebt, dass hier eine junge Kämpferin ist, eben eine engagierte, kompetente Frau, die ringt aus dem Aktivistinnen-Dasein, in die, wenn man so will, in die Parteipolitik zu wechseln, obwohl für uns ja das Angebot war, ja gar nicht mal Mitglied zu werden, sondern wir zum Ausdruck bringen, dass wir große Bündnisse schließen, in dem Fall mit der Klimabewegung und mit den Klimaaktivistinnen. Und da ist ein Ringen erkennbar einer jungen Frau, das habe ich ja selber erlebt, und wir haben ja besprochen, wo die politische Linie hingeht, dass wir gar nicht in jeder Formulierung übereinstimmen müssen. Das waren die Gespräche, die ich mit ihr geführt habe, und dass das auch gut ist so, weil wir dieser Bewegung und dieser jungen Frau einen Platz geben. Und das ist ja auch jetzt noch so, also brauche ich gar nicht die Vergangenheitsform. Und dann kann man genau sehen oder jetzt nachlesen in dem Fall, wie hier ein Ringen unter jungen Menschen stattfindet und das in der linken Szenerie immer mal ein bisschen seltsam, robust zugeht. Das kann ich ja selber aus meinen früheren Zeiten. Aber es war immer so, und ich habe ja das selber erlebt, aber halt für die Gründungsphase, also als ich so jung war, für die Gründungsphase der Grünen als Ganzes hat es damals gegolten. Wie ist es mit den Vertretungsansprüchen? Bist du nur Bewegung? Bist du außerparlamentarische Opposition? Gehst du in die Parlamente? Und wie schnell gehst du in die Regierungen? Das sind die drei Abfolgefragen. Ich bin ja der Meinung, die Grünen liefern auf allen Ebenen, außerparlamentarische im Übrigen auch. In den Parlamenten, Opposition ist nichts Schlechtes, aber wir sollten natürlich in Zeiten wie diesen auch regieren. Und das alles wird durchdekliniert. Das hat auch Lena Schilling gemacht. Ich kann das eins zu eins nachvollziehen, weil ich erstens persönlich in ähnlichen Situationen war, damals halt nur in der Gründungsphase, und da steht ja für das Ganze, da steht ja für grüne Bewegungen, wo sind die inhaltlichen Standbeine und wo sind die politischen Spielbeine, um dieses alles umzusetzen. Und die deutschen Grünen haben genau die gleichen Fragestellungen und Debatten, eben damals lang, als ich die Grünen übernommen habe, in der wohl größten Krise, mit Robert Habeck und Annalena Baerbock unterhalten, auch die hatten eine Krise, und es ist wieder vorwärts gegangen, weil nämlich klar war, in diesen Jahren, 18, 19, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, wie wichtig es ist, Umwelt, Naturschutz und Klimaschutz voranzutreiben, und das ökonomisch vernünftig und sozial gerecht zu organisieren. Und das finden wir bei den Grünen, das ist unser Anspruch, haben wir da immer auf alle Fragen die richtigen oder gleich die Antworten? Nein, aber wir halten uns zugute, dass wir zumindest die richtigen Fragen stellen und auch viele Antworten geben können. Und genau diesen Prozess hat Lena Schilling eben auch persönlich durchgemacht und das ist nachvollziehbar. Wie viele Gespräche haben Sie mit ihr geführt, beziehungsweise wie lange haben Sie gebraucht, sich zu entschließen, oder der Parteivorstand, dass Sie die richtige... Es waren viele Gespräche im Parteivorstand, beziehungsweise in verschiedenen, das kann man ja offen sagen, in verschiedenen Settings. Ich habe genau mit Sigi Maurer gemeinsam ein längeres Gespräch mit ihr geführt, wo es genau darum gegangen ist. Aber meine Entscheidung war klar, erstens dem Parteivorstand, so heißt das auch bei uns, und allen Länderverantwortlichen, den Länderspitzen den Vorschlag zu machen, sich auf diese Gespräche einzulassen. Das waren dann mehrere. Das hat ja bekanntermaßen dann Ende November, Dezember stattgefunden. Und das ist ein Prozess von mehreren Wochen. Und in dieser Phase hat sie auf der anderen Seite, damals noch auf der anderen Seite, wenn man so will, und das ist aber eben zusammengewachsen, Lena Schilling selber diesem Entscheidungsprozess ausgesetzt. Das sollte man einmal würdigen, dass junge Menschen sowas machen. Und umgekehrt dauernd drauf dreschen. Ich habe jetzt wirklich weniger Verständnis schon für diese Situation, dass es Kritik an den Grünen gibt. Das sind wir gewohnt, dass da nicht alles optimal war. Ja, das ist total richtig. Und umgekehrt muss es trotzdem vorwärts gehen, nämlich um das, worum es in Europa geht. Das betrifft ja nicht nur die Grünen. Wir zehren da das Leben eines Menschen vor den Vorhang wie nie zuvor, weil eigentlich geht es um das Leben aller Menschen in Europa. Und dort soll wieder der Fokus hingehen. Sind Sie eigentlich froh, dass die Wahl in zehn Tagen ist und nicht noch länger über das Thema geredet werden muss? Das weiß ich nicht, was muss sein muss. Das definieren ja immer die anderen. Ich finde das ein bisschen von jenen, die dauernd das durch die Arena schleifen und dann behaupten, wieso wird denn das dauernd durch die Arena geschliffen, das ist doch eine scheinheilige Argumentation. Diejenigen, die nur, also nicht, dass man das nicht kritisieren könnte, das geht jetzt überhaupt noch gegen den Standard an der Stelle, das meine ich gar nicht. Genauso wie mein Vorwurf damals sich nicht gegen den Standard gerichtet hat, sondern gegen jene, die im Schutz der Anonymität da Kampagnen in die Medien tragen. Das war doch der Vorwurf und das haben wir vom ersten Tag weglieb und klar gesagt. Aber jetzt geht es darum, jetzt geht es eben darum, dass wir darstellen und eben auch uns als Grüne, ja, so wie andere Parteien auch, mit Konzepten und um die Zukunftslösungen für Europa bewerben. Insofern ist der Wahlkampf zu kurz, wenn Sie mich fragen. Von daher, aber es gibt ja einen Nächsten auch noch. Und insofern, Europa wird immer ein Thema sein, auch auf nationaler Ebene und selbst auf Bundesländerebene, wie wir sehen. Ich habe bei Wahlkämpfen immer ein positives Gefühl, weil nämlich dort die demokratischen Auseinandersetzungen geführt werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir sollten uns nur anschauen, wie die geführt werden, diese Auseinandersetzungen uns in wirklichen Bedrohungen zuwenden, weil nämlich die Demokratie selber massiv gefährdet ist. Und zwar von Putin, nicht nur, weil er in der Ukraine einen bestialischen, völkerrechtswidrigen Krieg führt. Das ist das eine, sondern weil er schon längst und zwar seit 2016, seit dem Brexit, einen Desinformationskrieg führt, innerhalb von Europa, gegen Europa. Und wenn wir uns dann ein paar zusammenreißen, dann werden wir in ein paar Jahren da sitzen und fragen, wann haben wir das Match verspült. Stattdessen unterhalten wir uns wie irgendwelche Schlüssellochchats. Das ist auch abenteuerlich. Lassen wir das Thema, Lena Schilling. Gestern, also beziehungsweise am 28. Mai war das 30-jährige Jahrestag, Jubiläum des EU-Referendums, wo Österreich abgestimmt hat, dass sie zur EU gehen will. Die Krone hat das genutzt, um eine Online-Abstimmung zu machen mit der Frage, hat Österreich damals richtig abgestimmt, eben mit Ja. Und da haben immerhin 31.000 mitgemacht, natürlich aus dem Bauch heraus ist so eine Online-Abstimmung immer, das gebe ich schon zu, aber 71 Prozent sagen, nein, damals wurde falsch abgestimmt, man hätte mit Nein zum EU-Referendum stimmen sollen. Ist das nicht alarmierend? Das ist sozusagen ein bisschen so ein Stimmungstest, könnte man sagen. Und erklärt das eigentlich, warum die FPÖ so erfolgreich ist? Naja, meines Wissens sind die repräsentativen Umfragen so, dass das nicht dieses Verhältnis ausweist, aber es gibt Skepsis, das ist richtig, da muss man auch fragen, wo es herkommt, finde ich. Ich sage, es ist nur ein Stimmungsstest. Ja, ja, ist ja gut. Ich sage gerade, es gibt sozusagen größere Repräsentanzen als das, aber es ist sicher auch ein Ausweis, aber mir liegt ja mehr daran, zu fragen, wo das herkommt und da sind wir ja auch wieder dabei, dass Stimmungsmache und Desinformationskampagnen in der Sonderklasse laufen und sich ja auch konservative Parteien anstecken lassen, die so herumrennen, wie der Geschätzte ehrlich gemeint, weil wir haben wirklich eine große gemeinsame Vergangenheit, weil wir uns lange kennen, der Reinhard Lopatka und ich, aber das ist Europa, ja, aber und ja, eh kann man immer was besser machen, das ist schon klar, aber wenn wir intonieren, dass eigentlich eh das halber, das schon schlecht ist als besser, da muss man mal die umgekehrte Frage stellen, wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müssten wir sie erfinden und Österreich sollte mit den ganzen Themen, die heute am Tisch liegen, eben mit der Bedrohung von außen, mit der Sicherheitsfrage, auch wie Klimaschutz zu organisieren ist, das war damals ja noch nicht so groß auf der Agenda, vorne dabei sein, die Grünen waren damals, ich war ja nicht maßgeblich dabei in der Zeit, aber ich habe es genau mitgekriegt und habe auch Diskussionen für die Grünen bestritten, waren ja damals sehr skeptisch, da hat es ja welche gegeben, die dafür waren, aber die Mehrheit eigentlich dagegen, Federführer und Johannes Fockenhofer, warum das nun wieder, weil man geglaubt hat, man kann mit anderen, mit Norwegen und mit denen, die noch nicht dabei waren von außen, das besser verändern und später beitreten. Das hat sich geändert, wir haben das demokratische Votum, das waren zwei Drittel, aufs Zehntel genau, zwei Drittel, 66,6 Prozent akzeptiert oder meine Vorgänger damals halt und das finde ich auch für sehr okay. Was die Skepsis war und das sehen wir heute noch, da ist ein Riesendefizit, das möchte ich selber sagen, ist die Verkehrspolitik. Die Verkehrspolitik in der Union ist wirklich ein Hemmschuh, um nicht zu sagen, das war der Pferdefuss, unterm Strich kann man immer streiten im Nachhinein, aber ich finde schon gut und richtig, dass es die Union gibt und Österreich dabei ist. Bei der Verkehrspolitik kann man natürlich sagen, da fassen wir jetzt aus, was damals zu schlecht verhandelt war, aus meiner Sicht, das habe ich auch so kritisiert, die Situation am Brenner, aber nicht nur am Brenner, sondern auch in Ostösterreich, auf den Autobahnen, wir sind die Verkehrsinsel Europas, es gibt nirgends so viele Straßenkilometer, Fläche und Einwohner wie in Österreich und das zahlen wir und bauen wir dafür, dass wir eben ein Transitland sind. Das ist ein Problem und da muss man sich eigentlich mit der Schweiz auf die Hinterfüße stellen und momentan vorne im Westen Österreichs vor der Drittel des Lkw-Verkehrs durch Österreich unter massivster gesundheitlicher Belastung der Bevölkerung dort drüber, weil die Union momentan nicht mehr zulässt. Also ich verstehe, ich nehme dem Landeshauptmann Mattle das alles ab, genauso wie den grünen Politikerinnen in Tirol, aber auch auf Bundesebene, dass wir hier maximal für die richtige Sache kämpfen, den Transitverkehr einschränken wollen, zurückdrängen wollen, viel mehr auf die Bahn bringen und mit Schienenausbau hier vorwärts kommen. Das zeigt sich, ist in der Praxis sehr, sehr schwierig und man muss aber auch da dann innerhalb der Union die Lage verbessern und da läuft ein Riesenmatch mit Italien, wie wir wissen. Ja, so ist es. Am Schluss muss man jetzt zu Ergebnissen kommen, aber es ist wieder einmal so, dass vor allem die Grünen, die sind, den Landeshauptmann Mattle möchte ich da besonders jetzt mit reinnehmen, die wirklich für die Bevölkerung und für die Natur, für die Umwelt kämpfen und für eine sinnvolle, für eine vernünftige Verkehrspolitik. Emmanuel Macron, der französische Präsident, war auf Staatsbesuch in Deutschland und hat da sehr dramatische Worte rund um die EU gefunden in seiner Rede. Unter anderem hat er gesagt, die Europäische Union kann sterben, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Stimmen Sie da Emmanuel Macron zu? Die Lage ist dramatisch, ja. Insofern als nichts ist selbstverständlich. Als ich 2018, 2019 in die ersten Wahlkämpfe gegangen bin, habe ich das auch schon gesagt, da war der Gegenwind so stark noch nicht, was die Union betrifft und die europäische Einigung, aber die liberale Demokratie ist gefährdet, halt noch mehr als damals. Auch der Rechtsstaat, alles wird angegriffen, wie gesagt, von außen und von innen und deshalb muss man darum kämpfen, das erstens zu verteidigen und dann ja, die vieles auch zu verbessern. Aber grundsätzlich, das derart zu attackieren, das europäische Einigungswerk, ich halte das für verantwortungslos und dafür muss man da die Urheber auch benennen, das sind natürlich die Rechtsextremen und die Rechtspopulisten, die hier das Schandwerk Putins mit erledigen in Tateinheit und das ist in Österreich ja ganz klar, das ist die Kikl-FPÖ, völlig logisch, aber es sind auch jene in die Pflicht zu nehmen, die immer so ein bisschen augenzwinkern und jetzt da in diesem ganzen rechtspopulistischen Getue da auch noch in das Fahrwasser reingehen wollen und die EU und die Union nur schlecht reden. Ja, da passieren viele Kompromisse. Warum? Das ist ja gerade vorher gesagt, das ist ja auch etwas die ÖVP, oder? Naja, da komme ich gleich hin, aber man muss einmal die Union begreifen, das kann nur eine große Kompromissermittlungsmethode sein, weil es sind mal 27 verschiedene Länder und es sind ja viele, weil wir eben Demokratien sind in Europa, Gott sei Dank, noch, aber wie gesagt, Macron hat recht, selbstverständlich ist das alles nicht mehr, weil wir aber Demokratien sind in den einzelnen Ländern oder von mir aus quer über Europa ja verschiedene Parteien, Familien, Interessensgruppen antreten und das muss auch noch alles unter den Halt bringen, das ist in einem Land schon schwierig genug und selbst für Österreich habe ich gesagt, sonst wäre ich gar nicht in die Regierung gegangen, wir dürfen, wenn wir die parlamentarische repräsentative Demokratie verteidigen wollen, nicht den Kompromiss denunzieren und das passiert dauernd und auch auf der Unionsebene und das sind natürlich ganz viele Kompromisse zu machen, aber am Schluss ist immer noch was rausgekommen und noch einmal denken wir es uns weg, es geht gar nicht mehr und da glaube ich, muss man beim guten, beim guten alten Adenauer nochmal Anleihe nehmen, der ja gesagt hat, viel früher schon, Europa war zunächst ein Traum von wenigen, dann die Hoffnung von vielen und längst ist es Notwendigkeit für alle und da hat er sowas von Recht, wir können die globalen Krisen auch selbst als Deutschland, aber erst recht als Österreich nicht alleine lösen oder dagegen auftreten oder für irgendwas sein und was durchsetzen, das ist denkunmöglich, ob es die Wirtschafts- und Finanzkrisen waren damals schon oder ob es jetzt Umweltkrisen sind oder ob es andere schwierige Themen sind und man muss einmal klar machen, dass für die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger es ein Souveränitätsgewinn ist und kein Souveränitätsverlust, wenn jene Themen, die man nur im Großen gemeinsam entlösen kann, gemeinsam in die Union angegangen werden, also wenn jeder Staat einzeln was tut und da kommt genau gar nichts raus, diese Selbstverzwergung ist schädlich und jetzt haben wir die Demarkationslinien in diesen Wahlkämpfen genau am Tisch, rechtspopulistisch, rechtsextrem, zu Grün und anderen, die da wären, Demokratie versus Autokratie und an der Stelle ganz wichtig, gemeinsames Europa, gemeinsame Entscheidungsfindung, Verteidigung dieser zivilisatorischen Höchstleistung mit Deutschland und Frankreich immer noch in der Mitte, muss man auch dazu sagen, und, wie der Macron angesprochen wurde, versus dieser alten Nationalismen, dieser Kleinstaaterei, da kommt ja nichts außer mit dieser Selbstverzwergung, im Gegenteil, wenn wir diese Nationalismen auf die Spitze treiben, wird es weiter Kriege geben, das haben andere gescheite Leute gesagt, Nationalismus, extremer Nationalismus führt zu Krieg, das ist ganz logisch und insofern muss man auch der Union eine innenstabilisierende Funktion zuschreiben, die hat sie auch eingelöst, es ist, was das Innere in Europa betrifft, ein zentrales Friedensprojekt und deshalb ist auch Europa und die Union in der Aussage richtig wiedergegeben, dass sie wirkt und sie wirkt ja tatsächlich für Frieden, für Freiheit und für Wohlstand aus diesem heraus und dieses gilt es zu verteidigen und auszubauen, jetzt noch ergänzt gegenüber den Gründungsmüttern und Gründungsvätern von damals, jetzt noch ergänzt um die zentrale Komponente des Umwelt, Natur und Klimaschutzes und deshalb gibt es die Grünen, dieses alles unter einen Hut zu bringen. Gehen wir noch kurz zur Innenpolitik, Renaturierung, nationaler Klimaplan, überall blockiert die ÖVP, warum wollten die Grünen eigentlich jetzt noch bis zu Ende der Legislaturperiode mit der ÖVP bleiben und nicht in vorgezogene Wahlen gehen, weil man hatte das Gefühl, alles was gerade den Umweltschutz betrifft, ist einfach nur meine Qual. Nein, gar nicht. Es ist so, dass erstens einmal die ganzen Jahre im Bereich von Umwelt, Natur und Klimaschutz so viel weitergegangen ist wie 30 Jahre zuvor nicht, vor allem im Klimaschutz. Wir sind von der Blockade, von der Bremsspur auf die Überholspur gekommen und sind in vielen Bereichen jetzt dabei, europaweit in die erste Liga aufzusteigen, wo wir schon ganz hinten waren. Das ist das eine, ob es jetzt die Ausbaufotovoltaik ist, ob es Ausbau erneuerbarer Energien generell ist. Wir werden bis als eines der ersten Länder bis 2030 den Strom, wie es ausschaut, einmal nur aus erneuerbaren Energien kreieren. Die Emissionen, was die Treibhausgase betrifft, gehen schneller zurück, als wir es selber erwartet haben und, und, und. Und es wurden auch Maßnahmen getroffen, die seinesgleichen oder ihresgleichen suchen in Europa, die Einführung des Klimatickets. Der völlige Umbau des Steuersystems, sodass umweltschädliches Verhalten nicht mehr umsonst ist, aber umweltfreundliches Verhalten belohnt wird aus dem System heraus. Also der, der das Klima schützt, ist nicht mehr der Dumme. Und das ist alles mit der ÖVP gegangen. Dass es immer wieder Unterschiede und Treibungen gibt, ist klar. Da ist noch sehr viel altes Denken am Werk. Das haben immer wieder in unterschiedlichen Phasen zum Teil Betonlobbyisten oder vor allem Fossillobbyisten immer wieder auch sich Einfluss zurückerobert. Das können wir ja sehen. und wenn wir auf konkrete Projekte gehen, dann sehen wir hier, dass es im Übrigen nicht nur die ÖVP alleine ist, sondern jetzt, wenn wir die Renaturierung ansprechen, nennen wir es einmal, dass alle gleich verstehen, dass es ein großes, großes Vorhaben der Union, Gott sei Dank, um Naturschutz zu gewährleisten und teilweise, teilweise, wieder, ohne dass es woanders Schaden anrichtet, im Übrigen, Natur wieder mehr Platz bekommt. Das machen wir ja in Österreich zum Teil schon, insofern verstehe ich den Widerstand schon gar nicht, beispielsweise Flüsse rückbauen, dass sie wieder mehr Auslauf haben und weniger Hochwässer sind, dass Wälder auch eine Möglichkeit bekommen, natürlicher nachzuwachsen oder dass das eine oder andere Moor wieder entstehen kann, weil das ganz wichtig ist auch für den Klimaschutz und eben für die Natur selber. Und das alles haben die Länder blockiert und das sind schwarze Landeshauptleid und rote Landeshauptleid. Ich finde es ja super, wenn jetzt der Herr Landeshauptmann Kaiser und der Herr Bürgermeister Ludwig hier ein Umdenken einleiten, aber eines stimmt schon, bleibt aufrecht, bis vor wenigen Wochen waren sie in Dateinheit unterwegs mit den schwarzen Landeshauptleiden, sonst hätten wir das Problem gar nicht. Hätten Kaiser und Ludwig und von mir aus Adoskozil, wo ist der überhaupt, da nicht zugestimmt, dann wäre das ganze Problem nicht entstanden, weil ja eine einstimmige Länder, eine einheitliche Länderstellungnahme, wie der Name sagt, schon Einstimmigkeit voraussetzt. Jetzt gibt es ein juristisches Problem im Nachhinein, weil nämlich Wien und Kärnten mal klären müssen, wie sie das organisieren, dass das rechtsverbindlich ist, dass diese alten Beschlüsse verschwinden, wenn sie denn schon behaupten, sie hätten jetzt eine andere Meinung, was ich für gut finde. Es ist nie zu spät zur Umkehr, auch die Sozialdemokratie darf mal ökologisch werden, das begrüße ich, aber dann sollten sie vielleicht einen Beitrag leisten, wie wir das Recht sicher herkriegen. Und das kann schwierig sein, das gebe ich zu, weil das sind die Juristen offensichtlich auch anderer Meinung, aber die zuständige Bundesministerin und ich sind hier glücklich und klar, wenn die Länderstellungnahme verschwindet, die bindet uns rechtlich, dann ist hier völlig klar, dann ist dem Naturschutz hier der Vorzug zu geben. Also Sie sind überzeugt, dass der Michael Ludwig quasi, wenn es rechtlich möglich wäre, sofort aus diesem Beschluss aussteigen würde? Das kann ich nicht sagen, weil die Rechtslage ist ein bisschen verworren, das muss man ja allen zu gut halten. Wenn es richtig möglich wäre. Naja, es müsste jetzt einmal eruiert werden, was ist der rechtlich richtige und notwendige Schritt, damit wir diese einheitliche Stellungnahme der Bundesländer wegkriegen. Weil gestern wurde ja aber gestern. Wenn Sie denn vorher schon gesündigt haben, auch unsere roten Landeshauptleute, dann geht es jetzt darum, wie ist hier beichte Busebesserung zu organisieren. Das ist doch der Auftrag. Und dann müssen Sie einen Weg finden, wie diese einheitliche Länderstellungnahme verschwindet. Das kann ja nicht Aufgabe derer sein, die eh immer am richtigen Weg waren. Und die, die das Ganze eingebrockt haben, zahlen jetzt auf andere. Also was ich zugestehe, dem Herrn Landeshauptmann Kaiser und Bürgermeister Ludwig, ist, dass das rechtlich schwierig sein mag. Aber es muss ein Weg gefunden werden. Das ist eigentlich die ganze Aufgabe. und hätten die nicht von Anfang weg auf der falschen Seite gespült, wie ich ja vorher gesagt habe, wären wir ja gar nicht einmal in der Situation. Insofern ist es gleich gut, wenn wir auf Seiten des Naturschutzes agieren und nicht dagegen. Okay. Was glauben Sie, hat dann plötzlich zum Umdenken von Michael Ludwig geführt, beziehungsweise gestern eine Stunde, bevor die Leonore Gewässler in das ZIB2-Studio gegangen ist, kam ja noch einmal die Bekräftigung, dieser Beschluss der Länder ist aufrecht. Ja, das sind, glaube ich, juristische Fragen. Da möchte ich, da möchte ich Bürgermeister Ludwig nicht angreifen. Ob ich ihn verteidigen kann, weiß ich nicht, weil die Rechtslage ein bisschen schwierig ist. Aber da muss man ja sehen, dass dann die anderen sieben Bundesländer, die ÖVP geführt sind, ja wieder ins Spiel kommen. Weil die Aussage lautet ja, glaube ich, von der Verbindungsstelle der Länder, das ist ein wichtiges, das heißt schon so, ein Gremium zu, oder eine Instanz im Kontakt mit der Bundesregierung, dass das ja momentan von Niederösterreich geführt wird, weil dort der Vorsitz der Landeshauptleute eben liegt. Und von daher kam die Meldung, das kann sein, dass der Bürgermeister Ludwig selber damit nicht einverstanden ist. Das würde ich im Übrigen mal unterstellen, weil sonst, positiv unterstellen, weil sonst stimmt ja gar nichts mehr zusammen, sodass es eh wieder dort landet, wie ist das Rechtliche überhaupt aufzulösen. Aber ich sage nur einmal, das müssen jene auflösen, die uns das eingebrockt haben und nicht umgekehrt. Okay. Zweite rechtliche Frage, die hier im Raum steht, soll die Leonore Gewässler, also gesetztenfalls, man kann diese Stellungnahme jetzt auflösen, rechtlich, und der Kaiser und der Ludwig würden sagen, wir sind jetzt für diese Einsetzung des Renaturierungsgesetzes, soll dann die Leonore Gewässler, auch wenn der Landwirtschaftsminister und der Finanzminister dagegen sind, im Brüssel diesen Gesetz zustimmen. Ja, da ist einmal die wesentlichste Hürde beseitigt. Dann stellt sich die nächste Rechtsfrage, die wir aber einmal im Umkehrschluss beantworten. Oft war es ja so, dass einzelne Fachminister unter anderem die Erwähnten anders abgestimmt haben, als vielleicht Ressort-Kolleginnen und Kollegen gewollt hätten und das hat auch gegolten, das gilt im Wesentlichen, gilt das Ressort-Prinzip, ein bisschen komplizierter wird, wenn Materien ineinander greifen, das ist schon logisch, nur da halt ist mit der Argumentation der Frau, an der Stelle mit der Frau Umweltministerin, nämlich, wenn in Landwirtschaftsmaterien so verhandelt werden, dass die Natur wieder weiter beschnitten werden soll oder ins Hintertreffen gerät und das ja ganz offenkundig Kompetenzen des Klima und an der Stelle ein Naturschutzministerium sind, dann wird es wohl umgekehrt auch gelten dürfen. Weil ein Verfassungsdienst, der immer dann zu diesem Schluss kommt, wenn es in die eine Richtung geht und nicht in die andere, der ist mal, der ist auch mal auf die Rüttelstrecke zu bringen, und da gibt es auch verschiedene juristische Meinungen, wie oft wohl, aber im Umkehrschluss würde ich das so interpretieren, jedenfalls in der Sache und von der Intention Also, um es kurz zu machen, ja, sie sollte dann, also hätte ja nichts anderes. Ja, natürlich, das ist verständlich, weil ich ja die zwingenden Einwände nicht aufwachsen sehe, weil dann hätte ja in der Vergangenheit auch vieles ganz anders laufen müssen. Das ist sozusagen ein art logisches Weiterentwicklungsargument, ich bin ja kein, jedenfalls kein fertig ausgebildeter Jurist, dass ich da die Instanz wäre. Ich weiß nur, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, offensichtlich, aber wenn ich schlussfolgere, wie es bis jetzt war, dann würde ich ganz klar, und zwar aus dieser logischen Überlegung heraus, die Meinung der Umwelt- und Naturschutzministerin vertreten, und ich bin ja auch dafür, das ist ja ganz wichtig, man muss ja einmal die Motive erkennen, ich bin auch dafür, dass es diese Richtlinie gibt, weil wir dafür sehr, sehr, sehr viel gewinnen können, das ist eine, eine für viele Länder, aber auch für Österreich, eine Art Lebensversicherung für die Natur, für den Bodenschutz, und das brauchen am Schluss die Menschen, das ist ja nicht abstrakt. Diese Sache, Natur, Umwelt, Klimaschutz, an der Stelle Natur, ist am Schluss immer auch Menschenschutz, da geht es um Lebensbedingungen, und in Wahrheit um Überlebensbedingungen, und man sieht ja, das hat ganz viel mit dem Überthema Bodenschutz zu tun, und da sieht man ja auch, wer auf welcher Seite spielt, da sind ja die Bundesländer auch wieder falsch abgebogen, Ausnahme wieder, Ausnahme wieder Tirol, das muss man einfach hervorheben, und den Landeshauptmann Matle, und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir hier ehrlich mit aufgekrempelten Ärmeln für die richtige Sache kämpfen, und zwar ist es der Naturschutz im Sinne der Bevölkerung, und alle die so tun, als ob es gegen die Bevölkerung wäre, die verdrehen das, und das ist wirklich nicht mehr akzeptabel. Also das Argument von zum Beispiel Johanna Mikl-Leitner, dass Europa dann zu einem Naturmuseum wird, beziehungsweise natürlich immer das Argument, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben ist, sehen Sie gar nicht so? Nein, also wir haben Gott sei Dank in Europa und gerade in Österreich noch viel erhalten in Natur, aber da war ich auch jetzt schon 40 Jahre dabei, so alt bin ich schon, um ständig zu kämpfen, diese Natur zu verteidigen, und zwar eh meistens gegen alle, ja, auch die Sozialdemokraten, wie erwähnt. Es ist völlig wurscht, da bin ich an die Schuhe gegangen, wie Zwentendorf war, wie Heimburg war, immer die Roten und die Schwarzen, immer gegen die Natur, andauernd. So, also ich kenne diesen Kampf und da ist Gott sei Dank genug erhalten worden, gerade in Österreich, aber das muss weitergeführt werden, weil auch an der Stelle selbstverständlich ist nichts, es gibt auch beim Naturschutz, nicht nur beim Klima, Kipppunkte, für die Artenvielfalt, wie geht es denn am Schluss, hupfen dann die Wirtschaftskammerfunktionäre, wenn wir keine Insekten mehr haben, mit den Bestäubungsstäbchen von Ast zu Ast, ist das eine Ökonomie? Es geht doch genau darum, Landwirtschaft, Wirtschaft und Natur in Einklang zu bringen und das ist das Entscheidende und da wird man kein Museum, da ist man ein fortschrittliches Land und ich schaue mal an, wie wir unsere Tourismusdaten in Österreich herkriegen würden, auf die ja gerade die Landesabgleiter so stolz sind, hätten wir die Natur noch mehr beschädigt und wertvollen Naturraum vergeudet, wie es wäre, wenn es nach denen geht und das beste Beispiel ist der Bodenschutz, diejenigen, die jetzt mit Ernährungssicherheit argumentieren, müssen sich am schweren Vorwurf der Scheinheitlichkeit aussetzen, wenn es, das ist nicht bei jedem so, Mattle ausgenommen, wenn sie gleichzeitig unterwegs sind und Österreich zum Europameister des Zubetonierens machen und in der Liga mitspielen, dass schon bald bei jedem Dorf, bei jeder Ortsseinfahrt irgendeine Betonschuhschachtel mit Asphaltparkplätzen steht und sonst genau gar nichts, weil wir auch hier völlig unnützerweise die größten Verkaufsflächen für diese komischen Supermarktzentren und Fachmarktzentren vor Ort haben, ich habe in der Steiermark, wo ich wohne, in meiner nächsten Umgebung genug Beispiele, da wird das eine, steht schon wieder leer, das ist dann nicht attraktiv genug, das ist alles versiegelt, da sind die Hälfte schon ausgezogen und zwei Kilometer weiter baut man das Neues, weil es eh schon wieder neue Straßen gibt. Das ist pervers, das muss aufhören, das müssen wir umdrehen und dafür kämpfen wir und deshalb lasse ich mir für jenen, die andauernd den Betonierern die Stange halten, nicht erklären, wie man Ernährungssicherheit organisiert. Dort ist das Problem zu lösen. Viele fruchtbare Ackerflächen gehen verloren, weil hier falsch agiert wird, aber das ist keine Feindschaft zur Natur, im Gegenteil, da muss man den Feind richtig adressieren und das sind jene, die alles rücksichtslos zu betonieren wollen, genau bei den fruchtbaren Flächen. Gestern bin ich, vorgestern erst von solchen Beispielen in Oberösterreich zurückgekommen. Das ist ein besonderes Bundesland, was das Thema betrifft. Das stimmt. Jetzt, wir haben noch gar nicht über Herbert Kickl gesprochen, sind Sie eigentlich nicht schon langsam frustriert, weil Sie attackieren ihn auch manches, also sehr heftig immer wieder und verwenden da sehr heftige Ausdrücke ihm gegenüber. Es gibt auch jetzt mittlerweile diverse Kausen, Stichworte Gisdorod oder Ideenschmiede, man hat aber derzeit das Gefühl, es brät alles an ihm ab, er kann auch eine Tour gegen das System machen, was alles sehr problematische Ausdrücke sind, aber den Leuten gefällt es offenbar. Sind Sie da nicht schon ein bisschen frustriert? Nein, gar nicht. Er ermuntert, diese Auseinandersetzung zu führen. Ich weiß sicher, voriges Jahr einer der ersten, der damit begonnen hat, Gott sei Dank nicht mehr alleine, das war ihre Idee, dass sie die konstruktiven Kräfte einhängen und das nicht alles als selbstverständlich nehmen und im Übrigen über 50% der Bevölkerung sind es nicht, die sich davon anstecken lassen, die 50% braucht man aber, dass man in einer Demokratienmehrheit überhaupt organisieren kann, also fange ich mal von dort an, das ganze Volkskanzlergerede, hatte ich ja in der Kronenzeitung auch schon mal Gelegenheit zu diskutieren, ist ein völliger Unsinn, abgesehen davon, dass dieses und anderes, wie Sie zu Recht anmerken, eins zu eins Nazi-Jargon ist, wenn das zu wenige Menschen aufregt, okay, dann ist das ein Problem, das zu identifizieren ist, das ist schon klar, auch mit diesem gegen das System, nur es gibt ja niemanden, der so viel System ist wie Kickl, der wie die Sozialdemokratie, denke ich, immer wieder versucht nachzuweisen, viel mehr Geld abräumt, als was er mit seinen Posten da sonst hätte, wie das zustande kommt, weiß ich nicht genau, muss man den Klubobmann Kucher fragen, das ist ja sehr verdienstvoll, die andere Sache ist, die jene mit Ideen schmiede und das war ja genau das Problem offenkundig, dass damals die Justiz noch anders gearbeitet und funktioniert hat und das Thema verschwunden ist aus irgendwelchen Gründen und jetzt wieder zu Recht aufgebracht wurde und wo es die größte Sauerei ist, finde ich, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, wo die FPÖ ja da an sich auch rühmt, hier eine wichtige Partei im Parlament zu sein, dass man sich auf die Art und Weise entzieht, dass man der Ladung nicht folgt, weil man irgendwo vom Berg herüberlacht oder so, das ist eine Verhöhnung der Volksvertretung, der Sonderklasse, Parlament ist nämlich Volksvertretung, überhaupt noch nie gesehen, ein angeblicher Volkskanzler, der die Volksvertretung verhöhnt und so geht das in einer Natur und so muss man die Dinge auch benennen und ich werde das weiter machen, aber hoffentlich nicht nur allein, ob das alles was hilft, kann ich nicht sagen, ich denke ja, weil eins ist schon, wir haben nicht, wir haben eben nicht 60, 70 Prozent, die sagen ja bitte, Kikli muss Kanzler werden oder überhaupt mit dieser blauen Putin-Truppe, das ist sie nämlich auch noch, die versteckten Schergen von jenen, die Europa zerstören wollen, das sehen wir bei der AfD, wo sie sich immer noch als einzige Zuhil verheiraten, das sieht man bei Putin und das muss man einfach nur klarer benennen, wenn dann trotzdem 20, 30 Prozent diese Partei wählen, dann ist das schon seltsam, ich will aber nicht gegen die Wählerinnen und Wähler losgehen, die werden auch ihre Motive haben, weil sie vielleicht mit uns nicht zufrieden sind, da müssen wir auch dem nachgehen und was die sogenannten sozialen Medien für eine Rolle spielen, alles Fragen, die werden wir da jetzt nicht mehr erklären, aber das ist der Zustand, ich gebe Ihnen recht mit Ihrer Analyse in der Frage, aber die Konsequenz daraus ist kein Automatismus, dass einer, der die Demokratie attackiert, der sich Orban zum Vorbild nimmt, aus Österreich und Orbanistan machen will, dass der automatisch Kanzler wird, mit diesem Unfug gehört aufgeräumt, der Einzige, der direkt vom Volk an der Staatsspitze gewählt ist, ist der Bundespräsident und der hat genau in Sachen Regierungsbildung ein wichtiges Wort mitzureden und am Schluss ist es in der österreichischen Realverfassung so, dass es parlamentarische Mehrheiten braucht und nicht wer gerade als Erster wie beim Pferderennen durchs Ziel geht. Wir haben ja auch unter Beteiligung der Freiheitlichen Partei schon das Experiment gehabt, was demokratisch legitim ist, meine ich, dass die Zweiten und Dritten eine Regierung gebildet haben und nicht die Ersten, die haben damals die Sozialdemokraten auflaufen lassen unter Beteiligung der FPÖ hat es den Kickl auch schon gegeben. Also es ist gar nichts Neues und es wäre an der Stelle auch richtig. Deshalb sage ich ja, sollen sich die Konstruktiven zueinander jetzt so bewegen, dass nachher nichts Unversöhnliches zurückbleibt. Das betrifft alle anderen Parteien und ich nehme an der Stelle Karl Nehammer, aber auch anderen ÖVP-Lern aus diesem Flügel, nehme ich das ab, dass die das nicht machen mit diesem rechtsextremen Kickl. Den bezeichnen sie selber zutreffenderweise als Sicherheitsrisiko, sodass sie klipp und klar die Frage stellt, wer bildet nachher Mehrheiten und dafür bewerben sich alle, im Übrigen auch die Grünen. Es ist gut, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten sagen, ja, sie wollen regieren und zwar und in welche Richtung. Wir eben genau für den Anspruch, Ökologie und Wirtschaft und soziale Sicherheit unter den Hut zu bringen. Dafür werben wir. Das ist richtig und wichtig. Die anderen werden vielleicht mit einem anderen Programm, aber immer auf demokratischer Basis und diese demokratische Basis muss dazu führen, dass man sich abgrenzt von jenen, die die Demokratie offenkundig attackieren wollen und das hat nichts mit Volkskanzlern zu tun, das ist Volksverrat. Genauso wie der Verrat an Russland passiert ist, Stichwort Ägisterod unter Beteiligung der Blauen. Das werden wir noch ausreichend würdigen. Meine letzte Frage. Lena Schilling lag in den Umfragen bevor der Standardartikel mit den Vorwürfen des Ehepapa und Menas kam sehr gut im Rennen in den Umfragen. So was ich höre bei 15 Prozent haben ja manche Meinungsforscher gesagt. Jetzt liegt sie bei 10. Was glauben Sie, wo sie sich am Ende liegen wird? Naja, das werden wir am Wahlabend sehen. Sehr spät bei Europawahlen im Übrigen. Aber es ist ja jetzt die Frage in andere. Jetzt ist ja dafür zu arbeiten, man sagt halt im Jargon zu laufen und zu kämpfen, um hier das Ziel der Stimmen zu erreichen, die drei Mandate zu halten beziehungsweise 500.000 Stimmen für den Klimaschutz. Das hat sie ja selber so bekannt gegeben und dafür ist jetzt noch Zeit. Diese ganze Angelegenheit hat sich meiner Meinung noch auch zurecht gedreht und jetzt sollten wir eh um das reden, worum es in Europa geht und dann wird man es ja sehen. Ganz einfach, aber noch einmal, ein Europa für den Klimaschutz, für wirtschaftliche Vernunft und für eine soziale Absicherung und das alles auf demokratischer Basis, das ist gefährdet, das muss man ansprechen und das soll in dem Wahlkampf passieren und dann wird man in der Demokratie ja sehen, was rauskommt. Und soll sie dann auch die Fraktionsführerin sein von den österreichischen Grünen im EU-Parlament? Wir haben hier eine große Tradition, das gemeinsam zu entscheiden, als Team zu entscheiden. Das hat schon die unterschiedlichsten Konstellationen gegeben, das sieht auch Lena Schilling so und alle, die jetzt noch reinkommen werden oder wenigstens wollen und ich glaube, das wird eben auch soweit erfolgreich sein, dass wir hier von mehreren Mandaten reden können und damit auch von einer Delegation. Weil irgendwo muss man aufpassen, dass wir sie nicht widersprechen. Ich meine, ich halte ja nicht viel von Umfragen, wie Sie wissen, aber eine Delegation setzt ja voraus, dass es mehrere Mandate sind und dabei würde ich es mal belasten und dann werden wir das im Team entscheiden. Okay, dann sage ich danke für das Gespräch, Herr Kober. Dankeschön. Vielen Dank.